Liebherr-Kunden stellen an ihre Baumaschinen dieselben hohen Anforderungen wie an sich selbst. Daher stellen auch wir uns dieselben Fragen. Was macht einen produktiven Radlader aus? Seine Fähigkeit, Lasten zu heben, sie zu transportieren, zügig und über Distanzen, sie unter verschiedenen Arbeitsbedingungen zu verladen und dabei ein Maximum an Effizienz zu erzielen. In unserer Branche fragt man nicht, ob eine Schaufel halb leer oder halb voll ist. Was erwartet man von einer Baumaschine des 21. Jahrhunderts? Sie muss clever konzipiert sein. Liebherr-Radlader sind so gebaut, dass sie bei geringem Eigengewicht maximale Kipplasten erreichen. Wir verwenden in allen Größenklassen einen hydrostatischen Fahrantrieb und sparen dadurch bis zu 25% Kraftstoff. Der Einsatz einer Baumaschine muss wirtschaftlich sein. Bei hohen Kraftstoffpreisen ist ein maximaler Output bei geringstem Verbrauch das entscheidende Argument. Die Motorentechnik der Zukunft erlaubt eine elektronische Leistungsoptimierung in jeder Arbeitsphase beim Fahren, beim Heben, beim Ein- und Auskippen. Kraft alleine bringt noch keine Produktivität. Daher ist in einem Liebherr-Radlader auch Effizienz serienmäßig. In Zukunft wird jeder Arbeitsvorgang vom neuen Liebherr Power Efficiency System, kurz LPE, überwacht und das Zusammenspiel der Komponenten analysiert. Die LPE greift dabei proaktiv in das Motormanagement ein und passt es der jeweiligen Arbeit optimal an. Sie sorgt dafür, dass der Betriebspunkt immer im optimalen Leistungsbereich liegt. Das spart zusätzlich bis zu 6% Treibstoff bei absolut gleichbleibender Leistung. Letztendlich kauft man mehr als eine Baumaschine. Wir von Liebherr bauen Radlader, die mit voller Leistung alle Arbeiten kompromisslos erfüllen. Effizienz serienmäßig. Für unsere Kunden bedeutet dies, dass Liebherr-Radlader serienmäßig den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Dafür stehen wir mit unserem Namen. uen Untertitelung des ZDF, 2020